Mein Name ist Georg Stöckelhuber. Ich bin 24 Jahre alt. Ich habe bei der Firma Ressl gelernt. Am meisten Spaß macht man das CNC-Programmieren und Fräsen an der computergesteuerten Maschine. Die hohe Kepler FSHA 400. Ich bin eine Fräsmaschine. Die coolste Maschine in der Firma Ressl ist die Kepler FSHA 400. Das macht Spaß bei der Arbeit. Georg ist als Fachkraft unter uns Maschiner sehr beliebt. Außer OMI. Mein Name ist Georg Stöckelhuber und meine Lieblingsmaschine ist die FSHA 400. Die Arbeit als Feinwerkmechaniker bietet viele Aspekte. Werdet Teil des Teams. Jetzt informieren unter ressl-gmbh.de